Das sagt ein Polizist. Folgendes Statement stammt laut dem Blogger Markus Gelau von einem ihm befreundeten Polizisten, der lieber anonym bleiben möchte. Wenn Sie das, was hier gesagt wird, für wichtig halten in der derzeitigen Situation, sorgen Sie bitte dafür, dass möglichst viele Menschen diesen Beitrag hören werden. 1. Kräftelage Wir sind jetzt an der Schmerzgrenze. Allein in meinem Bundesland hatten wir innerhalb von einer Woche 90 Versammlungen. Gefühlt machen wir nichts anderes mehr als Versammlungen zu betreuen. Am Montag war ich mit nur einer Handvoll Kollegen bei einer Demo mit über 1000 Teilnehmern. Der Demozug war locker 500 Meter lang. Du kannst dir selbst ausmalen, was da im Fall der Fälle möglich ist. Nichts. Der Rest der Einheit war bei einer zweiten Demo über 100 Kilometer entfernt. Parallel dazu liefen Demos 3 und 4 in zwei weiteren Städten. Vor einer Woche haben wir mit zwei Einsatzhundertschaften, 35 Autos, versucht eine Demo mit ca. 4000 Leuten durch die Stadt zu lenken. Unmöglich. Geht nicht. Die machen, was sie wollen. Wenn die Demo-Teilnehmer nicht mitwirken wollen, können wir gar nichts machen, außer hilflos daneben zu stehen und aufzupassen, dass kein Auto aus einer Querstraße in den Demozug reinrauscht. Wie ich letztens schon geschrieben habe, ist es auch nicht möglich, von 500 Leuten die Personalien festzustellen, um ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten. Wenn die mir nicht sagen, wer sie sind, dann könnte ich die Personen zunächst nach Ausweisdokumenten durchsuchen. Wenn ich nichts finde, könnte ich die Personen mit auf die Wache nehmen. Das geht auch alles in der Theorie bei Größenordnungen bis zu 20 Personen, aber dann ist es vorbei. Ich habe nicht genug Bewachungspersonal im Polizeigewahrsam, ich habe nicht einmal genug Fahrzeuge, um die Personen überhaupt zu transportieren, ich müsste eventuell sogar Gewalt anwenden, um die Personen zu verbringen, und das alles allein wegen einer popeligen Ordnungswidrigkeit? Wegen eines friedlichen Spaziergangs? Es stellt sich dann auch ganz schnell die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Taktik Demonstranten Es wird schwierig für uns, wenn die Bürger alle zeitgleich demonstrieren. Das sind kaum zu bewältigende Herausforderungen. Das Allerwichtigste ist aber, dass die Demos friedlich bleiben. Dazu wird es nötig sein, dass die Versammlungsteilnehmer auch untereinander ein wenig auf sich aufpassen. Ich möchte jetzt nicht von irgendwelchen Agent-Provokateurs anfangen, aber ausschließen würde ich das keinesfalls. Die bevorstehende Einführung der Impfpflicht wird definitiv ein Knackpunkt, das wird nochmal zu einem Anwachsen der Teilnehmerzahlen führen, wahrscheinlich aber auch zu einer viel gereizteren Stimmung. Einschätzung der Lage durch die Politik Ich habe den Eindruck, dass einige Landesregierungen begriffen haben, dass wir als Behörden nahezu machtlos sind, wenn wir mit den Bürgern nicht zusammenarbeiten. Das Personal reicht einfach nicht aus. In Brandenburg hat sich Ministerpräsident Woidke diese Woche in der Presse schon weitaus zurückhaltender geäußert, als in den Wochen zuvor. Plötzlich war nicht mehr von Demokratiefeinden und Umsturzfantasien die Rede. Man dürfe die Bürger jetzt nicht überfordern, war da plötzlich zu hören. Jetzt auf einmal schaltet man auch in Potsdam einen Gang zurück. Ramelow in Thüringen scheint auch allmählich zu resignieren. In Bayern, dem Law-and-Order-Bundesland, läuft es wie immer etwas anders. Die haben aber auch die bravsten Bürger. Vielleicht hält sich die feine Gesellschaft in München sogar an alles, würde mich nicht wundern. Eine Versammlung ist nach herrschender Meinung – es gibt keine Legaldefinition – eine organisierte Zusammenkunft von mindestens drei Personen zum Zwecke der kollektiven Meinungsäußerung. Versammlungen sind nicht genehmigungspflichtig, auch wenn man das selbst in Polizeikreisen immer wieder mal hört. Versammlungen unter freiem Himmel, stationär oder in Form eines Aufzugs, müssen 48 Stunden vor Beginn bei der Versammlungsbehörde angemeldet werden. § 14 Versammlungsgesetz Erstens, es gibt zwei Sonderfälle, bei denen das nicht nötig oder möglich ist. Zum einen Eilversammlungen – der Anmelder kann die 48-Stunden-Frist aufgrund der Eile des Anliegens nicht einhalten – oder Spontanversammlungen – aktueller Anlass heißt zum Beispiel, alle Versammlungsteilnehmer rennen mehr oder weniger unvorbereitet los, es gibt keinen Anmelder, keiner hatte Zeit, Plakate zu malen und so weiter. An der Stelle wird es jetzt spannend. Die Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht. Eine Verordnung ist nur ein Rechtsakt, der durch die Exekutive erlassen wurde. Eine Verordnung steht in der Normen-Hierarchie eins unterhalb von Gesetzen, welche immer durch Parlamente erlassen werden. Verstöße gegen Verordnungen sind reine Ordnungswidrigkeiten. Die Polizei hat bei Ordnungswidrigkeiten freien Ermessensspielraum. Handlungszwang besteht nur bei Straftaten, sogenanntes Legalitätsprinzip. Über Ordnungswidrigkeiten kann man auch hinwegsehen, sogenanntes Opportunitätsprinzip. Wenn du bei einer Versammlung keine Maske trägst, dann könnte es sein, dass du ordnungswidrig handelst, weil du keine Maskenbefreiung hast. Machen das viele, könnten es ganz viele Ordnungswidrigkeiten sein. Dein Recht auf Versammlungsfreiheit ist aber von so großer Bedeutung, dass die Versammlungsbehörde diesbezüglich in der Regel großzügig ist. Ebenso verhält es sich bei den maximal 1.000 Teilnehmern. In einigen Bundesländern werden die Anmelder angehalten, möglichst nur 1.000 Teilnehmer zuzulassen und dann gegebenenfalls einen zweiten Anmelder zu benennen, der 500 Meter entfernt Versammlung Nummer 2 anmeldet und durchführt. Dass das am Ende vollkommen unsinnig ist, wissen wir alle. Genauso ist es mit den 1,5 Metern Abstand, den die Versammlungsteilnehmer einhalten sollen. Bei uns wird das vernünftig kommuniziert, über den Anmelder oder über Lautsprecher und fertig. Über die Hessen mit ihren Zollstücken gab es ja nun geteilte Meinungen. München Die Stadt München hat Aufzüge verboten für Mittwoch und Donnerstag. Eine Kundgebung auf der Theresienwiese ist aber möglich. Ich gehe davon aus, dass sie keinen Anmelder greifbar haben, demzufolge auch keinen Versammlungsbescheid, zum Beispiel mit einer festgelegten Marschstrecke, festlegen können und sich deshalb mit einer Allgemeinverfügung retten wollen. Das gilt übrigens auch für etliche andere deutsche Städte. Eine stationäre Versammlung ist für die Behörden natürlich auch viel leichter zu betreuen, keine unnötige Beeinträchtigung Dritter durch ein Verkehrschaos und so weiter. Man muss immer beachten, dass durch Versammlungen, insbesondere durch Aufzüge, immer auch Grundrechte Dritter eingeschränkt werden. Das muss in einem ausgewogenen Maß passieren. Es wäre beispielsweise nicht verhältnismäßig, wenn wir mit 20 Leuten die Kurt-Schumacher-Brücke blockieren, weil wir die Bierpreise für vollkommen überzogen halten. Abschließend Das Gefasel von gewaltbereiten Demonstranten, die man in München befürchtet, halte ich aus der Ferne für vollkommen lächerlich. Klar gibt's auch hier und da mal einen Nazi oder einen Betrunkenen, aber die sind bisher eine absolut zu vernachlässigende Minderheit. Ich habe selbst an so vielen maßnahmenkritischen Demonstrationen teilgenommen in den letzten Monaten, dass ich sagen kann, dass es die friedlichsten Versammlungsteilnehmer sind, die ich in fast 20 Jahren Bereitschaftspolizei gesehen habe. Es wird knapp. Sobald die Leute sich klar werden, was für eine Macht sie haben, ist es vorbei. Was sollen wir zum Beispiel als Polizei denn machen, wenn 5000 Leute spazieren gehen, obwohl es verboten ist? Alle anhalten? Geht nicht. Alle verprügeln? Macht keiner. Alle einsperren? So viele Gewahrsamstzellen gibt es nirgends. Allen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufbrummen? Wer soll die bearbeiten? Die Sachbearbeiter schaffen heute schon ihre Arbeit nicht. Es könnte morgen vorbei sein, wenn die Leute nur ihre Angst verlieren würden. Es hat nicht mehr짜len initiateation zu erfordern können. Kurven wohl Es hat aber später nenver competitions nicht mehrНу oder die die 어디 ist